Der FC Bayern München nimmt den Rechtsverteidiger Sacha Boe von Galatasaray Istanbul ins Visier. Und jetzt tatsächlich sogar die Exklusivmeldung, Boe kann sich einen Wechsel zu den Bayern vorstellen und gibt seine Zusage. Wie teuer wird der Verteidiger und wie planen die Bayern? Dazu gleich alle Infos. Zudem denkt Manuel Neuer wohl erstmal über sein Karriereende nach. Wann möchte der Bayern-Keeper seine Karriere beenden? Zudem geht es um Xabi Alonso, denn der denkt jetzt wohl ernsthaft darüber nach, einen Ersatzstimmer für Boniface zu verpflichten. Und neue geheime Details rund um den Transfer von Eric Dier. Ihr merkt einiges los, deswegen rein ins Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema und das ist der potenzielle Bayern-Transfer von Sacha Bouye. Bouye ist ein 23-jähriger Rechtsverteidiger, der aktuell bei Galatasaray Istanbul spielt. Und dort zeigt er regelmäßig wirklich sehr, sehr starke Leistungen und deswegen sind unter anderem natürlich auch einige Top-Klubs an ihm interessiert. Die Bayern kennen ihn sehr, sehr gut. Nicht nur, weil er bereits im letzten Sommer mit dem Bayern in Verbindung gebracht wurde. Auch da war er ein potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Benjamin Pavard. Nein, man hat ja auch in der Champions League gegen ihn gespielt. Erst in dieser Saison ist er ja auf die Bayern getroffen und konnte auch dort überzeugen. Und jetzt hat es eben Florian Plettenberg berichtet, das Thema Bouye und die Bayern, das könnte richtig heiß werden, wenn der Deal rund um Nordimo Kiele nicht zustande kommt. Und passend dazu gab es jetzt tatsächlich auch schon die exklusive Meldung, ja, der Spieler, er möchte wohl auch zum FC Bayern München. Es wäre wohl kein Problem, er hätte wohl richtig Bock auf die Bayern erst offen für einen Wechsel zum FC Bayern München. Und könnte das jetzt perfekt werden? Denn ich sage euch ganz ehrlich, es gibt jetzt noch mehr gute Nachrichten für die Bayern. Galatasaray, sie sind wohl auch bereit, ihren Spieler ziehen zu lassen. Das Problem, was jetzt nur noch so dem Ganzen im Wege steht, Nordimo Kiele ist wohl eigentlich der Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel. Bouye ist quasi nur eine Alternative bei Nordimo Kiele und Bouye gibt es aber dasselbe Problem. Beide Klubs, Paris als auch Galatasaray, beide wollen, wenn sie die Spieler abgeben, wohl die Spieler nur für eine Ablöse ziehen lassen. Das bevorzugte Szenario der Bayern ist dabei eben eine Laie mit Kaufoption, ein absolut risikofreier Transfer. Wenn der Spieler bei den Bayern überzeugen kann, würde man ihn fest verpflichten. Sollte das nicht der Fall sein, würde er wieder zu seinem Klub zurückkehren. Und das ist natürlich ein Szenario, was vermutlich vor allem gerade bei Bouye wohl nicht den Ansprüchen von Galatasaray genügt. Weil bei Paris könnte man auch sagen, ja, wenn er zurückkommt, hat man vielleicht einen Spieler, der ein bisschen mehr gespielt hat als bei uns. Kein Problem. Bei Bouye ist es für den Spieler natürlich auch so. Er möchte eigentlich auch, wenn er einen festen Transfer haben, denn er ist ja gesetzter Stammspieler bei Galatasaray Istanbul. Es wäre für ihn quasi einfach nur der nächste Schritt zum nächstgrößeren Klub. Und das wäre beispielsweise hier ein Wechsel zum FC Bayern München. Galatasaray, sie haben jetzt auch schon einen Preis festgelegt. Der Spieler dürfte vermutlich den Klub aus Istanbul für eine Ablöse von ca. 25, man sagt 20 bis 25 Millionen Euro inklusive Boni. Also wahrscheinlich ist irgendwie 15 bis 20 plus Boni-Zahlungen wohl verlassen. Ein Leihgeschäft ist das, was die Bayern präferieren. Aber wie gesagt, die Verhandlungen mit dem Klub sind halt noch nicht angefangen. Die sind noch, sage ich mal, in der Warteschleife. Man wartet da aktuell auch noch so ein bisschen drauf, zumindest aus Sicht des FC Bayern München, wie es halt eben mit Nordimo Kiele läuft. Denn da heißt es ja, ist Paris zwar grundsätzlich bereit, den Spieler abzugeben, aber nur wenn sie einen Ersatz verpflichten bei Bouye, wäre er wohl sofort verfügbar, auch ohne Ersatz. Ja, so aktuell da der Stand. Für mich wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative im Gegensatz zu Nordimo Kiele. Damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist Manuel Neuer. Manuel Neuer, er ist, wenn man ihn mal anschaut, im fußballerischen Spätherbst seiner Karriere. So kann man es auf jeden Fall sagen. Er geht auf die 40 zu. Ja, er kann da zwar noch lange im Tor theoretisch spielen, aber jetzt hat er erstmals über sein Karriereende gesprochen. Da hat er direkt mal gesagt, er hat kein bestimmtes Datum im Auge. Er könne lediglich sagen, dass ich noch sportliche Ziele vor Augen habe, die auch noch ein wenig Zeit benötigen. Ich habe nie gesagt, dass ich bis 40 spielen werde, eher solange es mir Spaß macht, ich meine Leistung zeigen kann und ich gebraucht werde. Das sagt er der 37-Jährige gegenüber der TZ. Und wenn er sagt, vielleicht spielt er gar nicht bis 40, vielleicht sind wir hier in dem letzten Jahr von Manuel Neuer. Vielleicht sind wir hier in den letzten anderthalb Jahren, er hat ja nochmal bis 25 verlängert. Dann wäre er 39 Jahre alt. Vielleicht ist das dann sein letztes Jahr beim FC Bayern München, vielleicht sein letztes Jahr seiner Karriere. Das kann man alles nicht sagen. Man kann nur eins sagen, seit dieser sehr, sehr schweren Verletzung ist er extrem stark zurückgekommen. In elf Partien spielte er sechsmal zu null. Das ist nicht selbstverständlich. Er zeigt extrem gute Leistungen beim FC Bayern München. Ich kann mich an keinen Patzer erinnern. Und das alles führt jetzt vermutlich ja auch dazu, dass er tatsächlich bei der Heim-EM in diesem Sommer wieder zwischen den Pfosten der deutschen Nationalmannschaft stehen wird. Also Manuel Neuer, er verkündet hier kein Karriereende. Er blickt in die Zukunft und sagt einfach, wenn er noch Leistung bringt, wenn man ihn noch braucht, dann wird es noch weitergehen. Aber ich glaube persönlich, dass wir hier einen Manuel Neuer sehen werden, der 2025 spätestens dann nicht mehr die Nummer 1 beim FC Bayern München sein wird. Und dann sich natürlich überlegt, geht es nochmal ins Ausland, nochmal irgendwo etwas Geld verdienen, nochmal irgendwo ins Tor gehen, nochmal was Neues sehen. MLS, wie es Schweinsteiger beispielsweise gemacht hat oder sagt er, nein, ich beende hier meine Karriere auf dem Top beim FC Bayern München, vielleicht sogar mit einem Titel. Das wäre doch ein Szenario, was man jedem Spieler, gerade vielleicht auch Manuel Neuer, wünschen mag. Damit kommen wir zu einem nächsten Thema und das ist ein Thema rund um Viktor Boniface. Genauer gesagt einfach rund um Bayer Leverkusen, denn der Spieler hat sich jetzt schwer verletzt. Das haben wir alle mitbekommen und genau deswegen muss man sich jetzt bei der Werkself überlegen, wie man damit umgeht. Er wird der Werkself wohl noch länger fehlen, als der Afrika Cup angedauert hätte. Und jetzt hat sich Trainer Xabi Alonso auch mal in Richtung Boniface und seiner Verletzung geäußert und tatsächlich auch angedeutet, dass es hier noch immer zu einem Transfer bei Leverkusen kommen könnte. Wenn es eine gute Option gibt, schauen wir uns das an. Es muss Sinn machen. Wir sind nicht unter Druck, einen neuen Spieler zu holen, aber wir sind immer bereit. Hintergrund ist, er wird wegen einer Muskelverletzung und Viktor Boniface, er wird etliche Wochen ausfallen. Und man möchte natürlich vermutlich jetzt nicht bis April, denn so lange ist die Ausfallzeit, auf den Stürmer verzichten. Und dann nur mit einem Patrick Schick in die Saison gehen, das ist natürlich schwierig, denn auch er hat ja monatelang letztes Jahr gefehlt. Wenn er sich jetzt wieder einer Verletzung zuziehen sollte, dann steht man ohne Stürmer da. Und das, obwohl man so hohe Ambitionen hat, was auch unter anderem eine Bundesligameisterschaft, ein Europa-League-Titel oder ein DFB-Pokal-Titel ist. Das sind alles etliche Ziele, die Bayer Leverkusen hier verfolgen könnte. Und dazu brauchen sie definitiv einen Top-Stürmer. Wen sie jetzt theoretisch holen könnten, da werden keine konkreten Namen durch den Trainer gesagt, aber eins ist klar. Viktor Boniface, dieser Verlust wird Leverkusen richtig wehtun, denn er hat viele Tore geschossen. Er ist sehr, sehr wichtig für das Spiel und vielleicht muss man hier wirklich nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Was meint ihr? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Thema. Das ist Eric Dier. Er ist mittlerweile bei den Bayern offiziell vorgestellt worden. Das habt ihr alle mitbekommen. Er ist ein neuer Spieler des FC Bayern Münchens. Aber da gab es jetzt tatsächlich so ein paar Verwirrungen. Ist er jetzt per Leihe gekommen oder ist das jetzt ein fester Transfer gewesen? Denn Tottenham, sie gaben auf ihrer Webseite bekannt. Und ja, wir haben uns mit dem FC Bayern München auf eine Ausleihe von Eric Dier für den Rest der Saison geeinigt. Mit einer Option auf einen dauerhaften Wechsel. Und da ist jetzt die Frage, hä, Leihe? Er hat doch nur noch Vertrag bis zu diesem Sommer. Hintergrund ist, die Bayern haben ihn eigentlich ablösefrei und fest verpflichtet. Er hat nur noch einen Vertrag bis Sommer. Und diesen Vertrag hat er auch nur beim FC Bayern München bekommen. Sie werden demnach keine Ablöse an die Spurs zahlen, aber haben eine Option, die er theoretisch ziehen kann. Um dann bei den Bayern fest anzuheuern. Also eigentlich ist es ein fester Transfer ohne Ablösezahlungen, beziehungsweise ohne eine Leihgebühr bis zum Sommer. Mit einer Option für ein weiteres Jahr. Trotzdem könnten die Spurs ein paar Millionen für die Bayern bekommen. Nicht über 3,5 Millionen Euro. Das kommt so ein bisschen einfach darauf an, welche Erfolge erzielt werden, welche Titel geholt werden. Plus eben auch, wie viele Einsätze Eric Dyer dann wirklich im Trikot der Bayern bekommt. Abhängig davon wird eben eine Ablöse, beziehungsweise vielleicht auch eine Leihgebühr fällig. Was auch immer das jetzt genau für ein Deal ist. Die Bayern haben hier meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Transfer gelandet. Eric Dyer kommt ohne Ablöse, ohne Risiko zum FC Bayern München. Und Thomas Tuchot hat es auch schon auf der Pressekonferenz gesagt, wird die Innenverteidigung der Bayern einfach nur in der Kaderbreite stärken. Was meint ihr zu diesem Transfer? Was meint ihr zu allen anderen Themen? Eure Meinung in die Kommentare. Bis dann Leute. Ciao.